Hallo und herzlich Willkommen. Wir erklären Ihnen, wie Sie erkennen, ob ein bestelltes Buch im Selbstabholbereich bereit liegt. Gehen Sie auf der Homepage-Seite der SUB Göttingen auf den Punkt Benutzerkonten und wählen Sie das Benutzerkonto für den Göttinger Universitätskatalog aus. Melden Sie sich mit der Nummer, die auf der Rückseite Ihres Studien-, Universitäts- oder Bibliotheksausweises steht, sowie dem dazugehörigen Passwort an. Klicken Sie im Benutzerkonto auf den Reiter Entleihungen. Titel mit dem Status Bestellt sind noch nicht zur Abholung bereit. Titel mit dem Ausleihstatus Liegen am Abholort bereit liegen am Abholort bereit und können an den Ausleihtheken entlehnt werden. Sie erhalten hierfür keine E-Mail-Benachrichtigung. Bitte beachten Sie, dass die Publikationen dort sieben Tage zur Abholung bereit liegen. Sollten Sie weitere Fragen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich an uns. Du kommst jetzt abholen Sie uns. Ich bin der rechts in Ebene Künstler. Sollten Sie sicher, dass die Abholung bereit sind. Wechseln Sie uns. Wir schauen uns. Kommst auf, es gibt es hierher. Wir schauen uns. Wir schauen uns. Bis zum nächsten Mal.